Ich hab dir ein Geschenk mitgemacht. Bist du bereit? Ob du bereit bist, hab ich dich gefragt. Okay, mach dir Augen zu. Okay, kannst gucken. Tada! Ein DRS-Einmachglas? Das, meine Liebe, ist ein Vielmachglas. Immer wenn du dich was traust, wenn du über deinen Schatten springst, wenn du ein Abenteuer lebst, dann schreibst du es auf einen Zettel. Was erlebe ich denn schon für Abenteuer? Ich hab das Gefühl, dass ich so geschubst werde. Ich bekomme gar nicht richtig die Zeit, mal nachdenken zu können, was ich eigentlich machen will. Sag doch einfach mal ja. Kannst du das sein? Oh Mann, ja! Was war das? In einer für dich perfekten Welt, wenn du es dir aussuchen könntest, was würdest du dann machen? Halt dich bereit. Du solltest dir im Leben nicht nur eines machen, sondern vieles und deswegen dieses wunderschöne Vielmachglas. Ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, dass du das kannst. Ich weiß, dass du das kannst.